wir schauen uns an disney song quiz 1 ich habe irgendwie das gefühl wir verkacken oder ich verkacke aber let's go rein da ihr 50 und zeit den filmtitel zu erraten anschließend wieder aufgelöst okay den filmtitel okay ja rapunzel digga ein punkt jungs ein punkt gibt mir den ein punkt rapunzel rapunzel bom komm ich schreibe mit ich schreibe mit okay das war ja kann ich nicht fragezeichen weil martina steht immer direkt da ja das erste war rapunzel das könig der löwen ist das richtig ja mann ach so ich dachte ich kann den chat kurz zu machen weil nein warum ist das gleich das habe ich nicht geguckt das sagt mir was was ist das das kommt wie du kleiner grund der hatte ja keine ahnung noch nie geguckt fragezeichen aller nächstes damit soll ich das anfangen die katze aber ist doch jetzt zu sie und stolz digga das war fast nur instrumental also das hat der wiese wie ein kind oh mein gott es ist ja 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 ich kenne das ich kenne das wie heißt das nicht ihr habt aber was nicht verstanden ich will sie sehen so warte noch mal jetzt was oh mein gott oh mein gott frozen schön bist du weißt du weißt nicht wie siehst du sie wiese acht scheiß drauf digga was soll das komm das ist was oriental ich ist einfach aladdin scheiß drauf naja perfekt voll oriental ich alter keine ahnung aber noch nie geguckt bis jetzt geguckt nicht geguckt geguckt nicht geguckt einmal geguckt 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 nicht geguckt also das was ich auch was ist das was ist das was ist das ist das ich kenne das ist das jetzt ist das jetzt ist das jetzt oh mein gott ich habe gesehen wie vögel gemolken werden und wir haben ich bin so scheiße in diesem spiel keine ahnung im feinsten froh der HEH?!